Und damit Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation, ich bin es in der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu der ersten News im Jahre 2020. Ich hoffe, ihr seid alle ganz gut reingerutscht, alle Finger sind noch dran und ihr hattet keinen großen Kater. Es sind ein paar News zusammengekommen, von daher würde ich sagen, wollen wir mal das neue Jahr mit diesen News einläuten. Und zwar geht es direkt los mit 3D-Zug und hier hat man ein neues Projekt veröffentlicht und zwar handelt es sich hierbei um die BR 146.2. 3D-Zug arbeitet jetzt an der BR 146.2 und hat auch schon sein erstes Bild gepostet. Diese Lok soll noch 2020 erscheinen. 3D-Zug will auch gleich mit 2020 an seiner Qualität festhalten. Zudem sind sie auch gerade am Bau an dem neuen ICE beschäftigt. Wir freuen uns sehr auf die neue Lok und hoffen, dass wir sie euch zeitnah zeigen können, dass wir mehr berichten können davon und so wie das Ganze hier ausschaut und so an sich, wie sich 3D-Zug ja spielt, muss man hier sagen, kann man hier wieder eine absolut tolle Qualität wieder erwarten. Wir haben was Neues von Halukon und zwar hat man hier ein neues DLC vorgestellt und zwar handelt es sich um, ja, so wie sie das Ganze hier betiteln, die beliebte Omzi 2 Donutpack-Reihe enthält nicht nur zahlreiche KI-Menschen als Fahrgäste und Busfahrer, Busfahrerinnen, sondern auch die unterschiedlichsten KI-Fahrzeuge. Bedacht wurde bisher neben Personenwagen, Lastwagen, Einsatz- und Rettungsfahrzeuge auch Spezialfahrzeuge. Mit dem siebten Teil der Reihe werden nun neue Busmodelle ins Spiel gebracht. Bei der Auswahl der Busse wurde auf eine ausgewogene Mischung aus Stadt, Überland und Reisebus-Variante geachtet. Das Omzi 2 Donutpack Volume 7 enthält insgesamt sieben unterschiedliche KI-Bus-Typen, die auf ihren Einsatz in verschiedenen Omzi-Maps warten. Die Fahrzeuge sind in unterschiedlichen Repaints und Ausführungen für Maps wie Hamburg, Hamburger Hochbahn, München, Münchner Verkehrsgesellschaft sowie Metropole Ruhr, Stadtwerke Oberhausen, aber auch einige Reisebus-Dienstleister erhalten. Das Paket ist fast fertig und wir planen eine Veröffentlichung im Jahr Januar 2020. Erste Produktinformationen finden Sie auf der neuen Produktwebseite. Das Ganze, wie gesagt, findet ihr auf Halukon. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, falls euch dieses Package interessiert. Dabei muss man wirklich sagen, es handelt sich hierbei nur um KI-Busse und nicht um selbst steuernde, fahrbare Busse, die ihr jetzt dann dementsprechend in dem Paket kaufen könnt. Wir haben was Neues aus München. Hier gab es mal wieder einen kleinen Bericht noch. Ich glaube, das war direkt zu Silvester. München arbeitet weiterhin an seinem DEC für Omzi 2 weiter. Für dieses Jahr haben sie tolle Sachen, welche sie noch für Omzi 2 in München rausbringen wollen. Unter anderem hat der Entwickler eine kleine Übersicht erstellt, mit was wir in 2020 eventuell rechnen können. Unter anderem handelt es sich hierbei um den P-Wagen, KI, S-Bahn, 423 KI, neue Soundaufnahmen für den Lions City, ein Ebusco, Ebus, KI, eventuell später auch voll fahrbar. 154 West bis Nordbad, Release im Januar, 154 Ost bis Herkommaplatz, danach Arabella Park und weitere Streckenerweiterungen sind geplant. Das Ganze, wie gesagt, soll noch 2020 per Patch nachgereicht werden. Wir haben auch wieder was Neues von Omzi und zwar handelt es sich hierbei um die Karte Addon Express 91.06. Die bekommt jetzt eine Erweiterung. Die Karte, die 2017 kostenlos auf Steam erschienen ist, wird ab jetzt kostenpflichtig und soll Mitte 2020 erscheinen. Einen ersten Trailer dazu gibt es schon. Der Entwickler hat sich schon zu Wort gemeldet, allerdings in Französisch. Ich habe das Ganze mal über den Google-Übersetzer drüber laufen lassen. So heißt es also, Addon Express 91.06 Edition 2009 wird zahlbar. Hallo allerseits. Wie Sie sehen, hat die Entwicklung der Karte in den letzten Monaten Fahrt aufgenommen, Renovierung, neue Linien, neue Objekte, neue Anstriche und so weiter. Ich versuche, sie über die Entwicklung der Karte auf dem Laufenden zu halten, so gut ich kann. Aber heute ist er eine offizielle Ankündigung. In der Tat ist es etwa mehr als fünf Jahre her, dass ich diese Karte gebaut habe. Ich denke, dass sie dafür aufgewandte Zeit die Tatsache rechtfertigt, dass sich das Addon auszahlt. Dies bedeutet, dass das Addon Express, Addon 91.06, demnächst kostenpflichtig sein wird. Ich hatte die Vereinbarung von Aerosoft, meinen Addon zu vermarkten. Im Moment habe ich keine Informationen, die ich Ihnen bezüglich des Preises mitteilen könnte. Sobald mir diese Informationen bekannt sind, werde ich sie Ihnen so schnell wie möglich mitteilen. Das Addon wird daher voraussichtlich im Sommer 2019, 2020 bei Steam oder Aerosoft erhältlich sein. Schätzung, Info, ja, das weiß man noch nicht. Also das ist hier noch, steht noch nicht wirklich fest. Beachten Sie, dass die Express 91.06 Addon Version 2017, die derzeit auf Steam verfügbar ist, immer als Download Version auf meiner Website verfügbar ist, so dass Sie den Eindruck von der Express 91.06 Linie erhalten. Also das bedeutet, solltet ihr die Karte hier selber testen wollen, findet ihr sie zukünftig nicht mehr auf Steam, sondern ihr müsst sie auf der direkten Website denn dort runterladen. Die 2017 Version wird auch nach der Veröffentlichung des kostenpflichtigen Addons auf der Website verfügbar sein. Also ihr braucht keine Angst haben. Nur weil das Addon jetzt erscheint, wird die kostenlose Karte entfernt. Die findet ihr, wie gesagt, nur auf die Webseite. Könnt sie euch trotzdem anschauen. Allerdings finden dann die ganzen neuen Sachen, die dann mit dem Addon ja verbunden sind. Also kann man jetzt wieder sagen, wie man will. Hier ist natürlich wieder, wird aus einem Freeware-Produkt jetzt ein Payware-Produkt. Ich meine, hier wird Zeit investiert, hier werden eigene Objekte gebaut, hier werden, hier wird einfach unglaublich viel Zeit investiert. So was kann man sich eigentlich meiner Meinung nach auch entlohnen lassen. Aber wie seht ihr das Ganze? Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon so haltet. Seid ihr die Strecke überhaupt mal gefahren? Also ich selbst bin sie noch nicht einmal gefahren. Das wird jetzt also Zeit, dass ich mir das Ganze jetzt dementsprechend immer nachhole und mir das Ganze mal anschaue. Aber wie gesagt, ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare posten, wie ihr das so seht. Der Flight Simulator von Microsoft hat ein neues Video veröffentlicht. Neuer Trailer vom Flight Simulator von Microsoft. Hier zeigt man wieder in einem eindrucksvollen Trailer, wie hübsch der ganze Simulator aussieht. Der Microsoft Flight Simulator gehört mit Abstand zu den schönsten Simulatoren, die aktuell auf dem Markt sind. Allerdings gibt es nur 2020 aktuell als Release Termin. Auch der Preis steht noch aus. Wir vermuten, dass der Preis eher in die Richtung eines Abo-Modells stattfinden wird. Statt einmalig 60 Euro oder was das Ganze auch kosten wird. Zu bezahlen werden wir vermutlich 10 bis 15 Euro pro Monat zahlen müssen, was den Preis vom Game Pass, also wo man das Ganze mit dem Game Pass natürlich abdecken könnte. Hier heißt es weiterhin abwarten und den Trailer genießen, den Microsoft uns zur Verfügung gestellt hat. Also hier muss man halt wirklich wieder sagen, man weiß halt so vom Preis her rein gar nichts. Es sieht halt übelst totschick aus und da das Ganze ja auch über Server laufen soll, damit das Ganze so hübsch ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir hier nur einen einmaligen Preis bezahlen, sondern dass wir da eher in Richtung eines, ja, Abo-Modells gehen. Aber lassen wir uns überraschen, vielleicht wissen wir ja da mehr, aber auch dort könnt ihr euch gerne mal in der Diskussion mal hier heransetzen und könnt ihr gerne mal posten, was wäre für euch die bessere Alternative. Dann kommen wir noch zu einem weiteren Bild. In der letzten News hatte ich euch über das C2-Stadtbus-Add-On hier natürlich was berichtet, was eher Negatives berichtet und jetzt rudert man hier scheinbar doch wieder zurück. Manche munkeln, hier geht's nicht mehr. Doch allerdings sind wir im Urlaub. Die Entwicklungen gehen dennoch im Hintergrund weiter. Zur C2-Familie werden in den kommenden Tagen sehr wichtige Informationen veröffentlicht, umfasst Umfang, Cover und Preis. Bis dann. Das Ganze ist natürlich auf Facebook gepostet worden. Wir hatten ja in den letzten News darüber berichtet, dass man sich jetzt hier wahrscheinlich erstmal davon Abstand hält und das Ganze sogar auf Monate verschiebt. So wie dieser Tweet sich jetzt hier allerdings wieder anhört, heißt es, dass wir demnächst jetzt wohl schon neue Infos diesbezüglich des Add-Ons bekommen. Wir hatten in den Kommentaren viel gelesen, dass sich viele darüber aufgeregt haben. Viele haben sich natürlich gefreut, waren super enttäuscht gewesen. Und jetzt sieht das, was hier auf jeden Fall geschrieben wird, schon wieder ganz anders aus. Demnächst ist natürlich ein dehnbarer Begriff. Ja, den kann man natürlich ins Unendliche dehnen. Hier müssen wir natürlich weiterhin abwarten, was hier als News kommt. Wir werden euch natürlich dementsprechend hier auf dem Laufenden halten. Und das war's dann auch schon wieder von unseren News. Wahnsinn! Zum Anlass des diesjährigen Releases werde ich mich jetzt auch an X-Plane heransetzen und mich schon ein wenig einspielen. Hier werde ich bestimmt das ein oder andere Video dann auch auf YouTube hochladen. Schulung werde ich dann live auf Twitch streamen und auch zum Testen vom neuen Joke und Einstellung. Ich freue mich sehr auf den Flight Simulator von Microsoft und denke, das wird meine Simulation des Jahres. Lassen wir uns dort also am besten überraschen. Also wenn ihr da ein bisschen was sehen wollt, denn wie gesagt, es kommt auf Twitch. Wir haben die erste Partie heute Nacht schon mal getestet mit dem Joke und mit dem Flight Simulator. Ist auf jeden Fall schon eine ganz andere Sache als wie Straßenbahn oder Bahn fahren oder Bus fahren. Also das ist eine komplett andere Welt. Aber ich muss sagen, so die erste Flugstunde, die ich da heute hatte, die hat schon mega viel Spaß gemacht. Wie gesagt, könnt ihr denn gerne zukünftig dann mal auf Twitch vorbeigucken. Fände ich das ganze Streamer. Wie gesagt, den Link dazu findet ihr bei uns im Banner. Da kommt ihr zum Twitch-Account, abonniert den Kanal und dann verpasst ihr zukünftig nichts mehr dort. Und das war's eigentlich jetzt erst mal so von den News. Schön, dass was passiert ist hier so in der ersten Woche des Jahres 2020. Bin gespannt, dass jetzt so die nächsten Monate super, super spannend werden. Ich hatte ja schon in meinem neuen Trailer The Buzz schon drin. Mal gucken, vielleicht erwartet uns dieses Jahr The Buzz. Wäre natürlich eine coole Sache, wenn dann auch noch der Microsoft Flight Simulator kommt. Oh, dann ist natürlich das ein absolut geniales Jahr. Lassen wir uns einfach, wie gesagt, überraschen und starten. Natürlich froh und munter im Jahre 2020. Ich hoffe, euch hat die News gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare und sonst sehen wir uns hoffentlich nächste Woche Sonntag hier wieder, wenn es weitergeht mit den News. Ich verabschiede mich, ich bedanke mich und sage Tschüss.